Frau Gett Walker, habe Handel mit Vorbesitzer gemacht. Bis Ende von Reise gehört Jurte dir. Früherer Besitzer geht in andere Jurte wohnen, damit Frau Gett Walker in dieser schlafen kann. Oh, das ist wirklich nett von Ihnen, Herr Behuth. Vielen Dank. Ah, Kate Walker. Wie findest du deine Unterkunft? Großartig. Vielen Dank für die Jurte, aber ich kann nicht lang bleiben. Ich bin völlig erschöpft. Leider könnte es eine lange Nacht werden. Warum? Frau Gett Walker, schau im Mond. Der Rote Mond. Er tritt nur sehr selten in diese Phase ein. Etwa alle 20 Jahre. Ich habe das Gefühl, ich werde deswegen heute Nacht wieder keinen Schlaf bekommen. Möglich, ja, Frau Gett Walker. Die Nacht des Roten Mondes ist etwas ganz Besonderes, Kate Walker. Sie ist den Yukol heilig. Warum ist das so wichtig? Der Rote Mond ist die Zeit für eine heilige Zeremonie, die den Yukol sehr wichtig ist. Ein Ritual, um die Gunst der Geister für den Zug zu erbitten, damit wir eine Chance haben, unser Ziel zu erreichen. Seit Anbeginn der Zeiten wurde diese Zeremonie im Tempel des Roten Mondes abgehalten. Ich habe hier in der Gegend keinen Tempel gesehen. Das ist Problem, Frau Gett Walker. Seit letztem Zug Tempel verschwunden. Ein Tempel verschwindet doch nicht einfach so. Hören Sie doch auf. Es sei denn, er ist unter Tonnen von Beton begrab. Meinst du, der Tempel ist dem Bau des Stadions zum Opfer gefallen? Es heißt, dass der spirituelle Führer des letzten Zuges, also mein Vorgänger, einen Weg gefunden hat, den Tempel zu retten. Wie hat er das gemacht? Der Führer, Kanti Ka, hat in Begleitung einiger anderer tapferer Yukol angeboten, auf der Baustelle zu arbeiten. Sie erwiesen sich als sehr fähige Maurer. So fähig, dass sie unseren Tempel unter dem Beton verstecken konnten, ohne dass jemand davon erfuhr. Monatelang arbeiteten sie nachts, versteckt vor den Augen der Architekten und Vorarbeiter. Yukol erschöpft von Arbeit, um Haus der Geister zu retten. Tsss. Aber sie waren erfolgreich. Und unser Tempel ist wirklich irgendwo unter diesen modernen Gebäuden versteckt. Leider starben die armen Leute an Erschöpfung. Wie schrecklich. Das... Das tut mir so leid. Mit diesen Worten würde ich der Stamm ihr Opfer. Tempel muss irgendwo sein. Ich sage, Stamm soll finden Tempel. Aber Hilfe von Frau Kate Walker nicht zu viel. Aber sie haben keine Baupläne oder irgendeine Ahnung, wo der Tempel versteckt sein könnte? Wir wissen nur, dass er hier irgendwo unter Tonnen von Beton liegt. Wir müssen ihn unbedingt finden, Kate Walker. Wo willst du anfangen? Such du auf deiner Seite. Die Chancen, den Tempel zu finden, stehen besser, wenn wir alle suchen. Okay. Woraus genau besteht die Zeremonie? Das Ritual des Roten Mondes dient dazu, die Gunst der Geister auf die Karawane zu ziehen. Eine Reinigung, bevor sie die Grenze nach Jakastan überschreiten. Außerdem ist es eine ganz persönliche Prüfung. Es ist schwer, die Zeremonien ein paar Worten zu beschreiben, Kate Walker. Man muss sie erleben, um sie zu verstehen. Haben die Yukoi schon mit der Suche begonnen? Natürlich. Zögere nicht, mich zu fragen, wenn du Hilfe brauchst. Bist du sicher, dass Olga und der Oberst uns jenseits der Grenze nicht mehr folgen können? Ja, Kate Walker. Jakastan liegt außerhalb ihres Hoheitsgebiets. Gut, ich gehe auf meiner Seite suchen. Takk Dies ist ein guter Ich da Seite. Ich bin genauer, wie ich bin jeder bacteria und berühre immer in die Israel. Takk K ситу Niemand. Aber wer könnte auf dieser Müllkippe leben? Unlesbar. 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 offenbar bedeutet ihnen das dokument sehr viel aber sie müssen es mir überlassen die ukol sind verloren wenn sie den heiligen tempel nicht finden ich habe von ihm gehört er war der spirituelle führer des letzten straußenzugs kannten sie ihn die vorarbeiter haben ihn umgebracht sie lesen in schuften schuften und noch mehr schuften schlimmer als ein tier niemand der auf ihrer seite steht bekommt das tagebuch meines vaters nur über meine leiche ich bin nicht die für die sie mich halten ich habe nichts mit den leuten zu tun die das stadion gebaut haben ich habe alles aufgegeben um die ukol auf ihrer reise zu begleiten ich bin jetzt eine von ihnen du hältst mich für dumm ich glaube nicht alles was ich höre und jemandem wie dir erzähle ich gar nichts du bist nicht mal so viel wert wie ein halber ukol wie ich du bolschewikin was meinen sie damit mein name ist dunjascha dubrovskaja tika kan tika mein vater war der anführer der ukol die wie pferde geschuftet haben um das stadion zu bauen er kam mit einer frau aus der gegend zusammen eine frau die in der kantine der baustelle arbeitete und ich kam zur welt wissen sie die ukol karawane und ich wir sind auf der flucht vor unseren verfolgern diese leute wollen uns wirklich übles die ukol sind gleich da draußen ich kann einen von ihnen holen der für mich bürgen kann wenn sie möchten wozu du hast sie wahrscheinlich unter deiner kontrolle bolschewikin die ukol sind wie kinder sie sind beeinflussbar vor ein paar monaten haben die ukol mir das leben gerettet heute versuche ich ihnen zu helfen wenn sie wirklich ukol blut in ihren adern haben sollten sie dasselbe tun du zwitscherst hübsch wie die wipern die sich in der sommer sonne auf dem beton des stadions wärmen was sie über ihren vater kantika gesagt haben für die ukol ist er so etwas wie ein großer gütiger geist eben weil er beschloss sich zu opfern um den tempel der heiligen zeremonien zu retten damit alle zukünftigen züge weiterhin den segen der geister erhalten können das ist gut man darf die geister nie vergessen die esperitolo makra enok beknok vanu das sagen die ukol um ihn zu ehren möge dein geist sich mit denen der ahnen vereinen und möge dein opfer nicht umsonst gewesen sein das sagen die ukol selbst eine bolsche ich meine selbst diejenigen die das stadion erbauen ließen würden das nicht wissen gib eurem führer das notizbuch er wird es verstehen wenn er wirklich der ist für den du ihn ausgibst der geist meines vaters wird ihn anleiten danke dank mir nicht zu früh ich weiß nicht wo der tempel ist und selbst mit dem manuskript wird er nicht leicht zu finden sein hier ist so viel beton und eisen manchmal können selbst die geister nichts ausrichten eine letzte sache noch die neue karawane denkst du der führer könnte bei mir vorbeischauen ich ich habe ihr nicht viel gesellschaft wenn ich mit jemandem von meinem volk sprechen könnte natürlich ich verstehe sie können sich auf mich verlassen die inschriften sind auch in ukol übersetzt worden mal sehen manche starben für den stamm andere um ihnen zu helfen wir wollen sie alle nomaden oder nicht in ehren halten irgendetwas stimmt nicht doch in jetzt ja Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Diese Kreatur scheint mich zu mögen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Was um alles in der Welt ist das? Was um alles in der Welt ist das? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.